Damals, als ich mich als Lehrling beworben habe, habe ich meine Bewerbung auf die Flex-Homepage hochgeladen. Ich bin natürlich dann zum praktischen Vorbereitungstest eingeladen worden. Danach ist man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen worden. Und dann habe ich gut so lange die hohe Botschaft erhalten, dass ich einen Anfang abtiefen. Ich habe mich damals 2011 für ein sechsmonatiges Praktikum beworben. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich jetzt mittlerweile seit fast zwölf Jahren im Unternehmen bin. Die Atmosphäre beim Bewerbungsgespräch war sehr locker und man hat sich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich war am Anfang sehr nervös, aber das hat sich ganz schnell gelegt. Das war eher so ein fröhliches Miteinander. Man hat auch offen miteinander reden können. Die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch wurde mir dank Flex sehr einfach gestaltet. Man bekommt eben vor den persönlichen Vorstellern die Unterlagen zugesendet und ebenso auch ein Video dazu, um sich ein erstes Bild von der Firma Flex machen zu können. Meine ersten Arbeitstage als Lehrling waren super. Ich habe gute Erinnerungen. Wir haben nämlich einen Lehrlingsausflug gemacht. Das waren die Kennenlerntage. Da haben wir uns untereinander uns neu vernetzen können, auch mit dem Lehrlingsausbilder-Team. Das Onboarding-Programm bei Flex ist sehr gut strukturiert. Man bekommt vorab eine Roadmap für den ersten Arbeitstag. Man wird persönlich in Empfang genommen. Danach geht es in die Abteilung und man lernt seine Arbeitskollegen und Mitarbeiter dementsprechend auch sehr gut kennen. Wer sich bei Flex bewerben will, sollte einfach den Mut zusammennehmen und einmal eine Initiativbewerbung ausschicken und sich vielleicht auch einmal ein bisschen über die Firma informieren, ob es überhaupt passend wäre. Wir suchen bei Flex unterschiedlichste Mitarbeiter, vom Lehrling bis zur auch ausgebildeten Fachkraft, die ein technisches Interesse mitbringen. Und dass man einfach auch offen ist für Neues und immer wieder neue Sachen auch ausprobieren will. Wenn man sich als Lehrling bei der Firma Flex bewerben will, sollte man natürlich offen für Neues sein. Man sollte neugierig sein. Man sollte auch gut mit anderen Leuten auskommen können, weil wir sind doch ein großes Team und Spaß an der Arbeit haben. Wir Mitarbeiter bei der Flex sind innovativ, teamfähig und offen für Neues.